Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Technik und Game mit Lukas. Heute mal wieder an einem Sonntag, ich hab's mal wieder mehr oder minder pünktlich geschafft, ja ein bisschen später, aber trotzdem, ich bin an einem Sonntag zumindest, da ist auch schon mal was. Ich hab ja gesagt, ich möchte ein bisschen mit euch über Test Drive Unlimited Solar Crown reden und auch X-Defiant, deswegen machen wir das heute in dieser Folge, denn beides sind ja Spiele, also Test Drive Unlimited Solar Crown ist so ein Ding, auf das hab ich mich ein bisschen gefreut, das ist jetzt eh schon lang verzögert worden, es wird jetzt am 12. September mich nicht alles täuscht veröffentlicht, also es kommt ja bald mal und es wurde vor ja eineinhalb Wochen oder so überraschende Demo auf Steam veröffentlicht beim Steam Next Fest, Summer Next Fest, wie auch immer das Ding nennt und da durfte man es testweise spielen, denn davor gab es immer nur so ja Closed Play Tests, da haben zwei letztes Jahr glaube ich stattgefunden und einer dieses Jahr, ich war bei den ersten beiden dabei und ja, ich war nicht wirklich überzeugt von dem Game aus dem ganz einfachen Grund schon allein, weil die Performance unter alle Sau in diesen Play Tests war und du überall diese Schrift drüber hattest, wie es halt so bei Closed Beta Tests mittlerweile irgendwie üblich ist, das heißt damit du kein Gameplay veröffentlicht beziehungsweise wenn du es machst, jeder deinen Namen sieht, ja wie viel das wirklich bringt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ja, sei mal hingestellt, dass es auf jeden Fall ziemlich nervig war und du durch das Spielerleidnis natürlich sehr eingeschränkt nur wahrnehmen kannst, ist glaube ich irgendwo logisch, auf jeden Fall jetzt ist die Demo draußen und ist eigentlich gar nicht schlecht so zum Testen, wir haben ja moderne Demos, gibt es ja in dem Sinne nicht mehr wirklich, es gibt irgendwelche Betas, wie sie es nennen, die meistens nur einfach Server-Tests sind, mehr ist es auch nicht, hier ist es wahrscheinlich auch nicht viel mehr, denn man muss sagen, die Performance von den Servern, von dem, dass du ständig eigentlich Login-Fehler kriegst, das generell für ein MMO in diesem Spiel nichts los ist, aber da komme ich gar nicht noch dazu, ja, ich nehme mal an, es wird schon durchaus, ich sage mal, damit irgendwie zusammenhängen. Jo, was kann man sonst sagen über Test Drive Unlimited Solar Crown? Es ist ja an sich jetzt kein AAA-Game, also es ist jetzt kein Spiel, das eine Größe von einem Forza Horizon zum Beispiel hat, sondern eher was Kleineres, aber dennoch Größeres, sag ich mal, also eher, ja, unter Need for Speed, unter Test Drive Unlimited, äh, Test, nein, nicht Test Drive Unlimited, The Crew meine ich natürlich, unter The Crew Motor Fest und unter Need for Speed Unbound, so von der Größe her würde ich sagen, wobei natürlich die Spielwelt mit Hong Kong Island schon relativ groß ist, sehr detailliert auch, die schaut schon echt nicht schlecht aus, auch grafisch sieht es nicht schlecht aus, finde ich, natürlich ist es jetzt von den Fahrzeugmodellen her, von der Umgebung und so weiter auf keinem Forza Horizon Niveau, aber das ist auch irgendwie nicht erwartbar, beziehungsweise braucht man auch nicht unbedingt jetzt mal ehrlich, also das ist durchaus okay, die Fahrzeugauswahl ist ja okay, würde ich behaupten, man hat es nicht alles an Demo gesehen, die Demo ist natürlich eingeschränkt gewesen, welche Überraschung, äh, den vollen Umfang werden wir später sehen, aber so das Wesentliche, sag ich mal, äh, wie so die Spielmechaniken sind, wie die Spielwelt ist, wie die Fahrzeuge sich fahren und so, war ja schon alles drinnen und was es das Handling der Fahrzeuge betrifft, äh, ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt, also ich persönlich glaube ich mittlerweile, dass ich dieses Spiel mir nicht kaufen werde, wenn es rauskommt, sondern ich werde ein bisschen abwarten, denn, äh, ja, so hundertprozentig überzeugt hat es mich bisher nicht, bin ich ganz ehrlich mit euch, denn die Fahrphysik ist okay, glaube ich, äh, fühlt sich ganz gut an mit dem Controller, hast so ein paar Probleme, wenn du zum Beispiel nicht gegenlenken kannst, wenn der Bagen dir ausbricht und so, das ist aber scheinbar ein Problem, was den Controller betrifft, weil am Lenkrad laut den Berichten ich jetzt gehört habe, ist das Problem nicht, das heißt, es ist wahrscheinlich etwas, das man durchaus ändern kann zu Release und da durchaus Hoffnung da ist, sag ich mal, dass es dann besser wird, also von dem her, es gibt noch jede Menge kleine Probleme, die hoffentlich zum Release besser werden, generell, ansonsten, wie gesagt, Spielwelt ist ganz okay, es fährt sich auch ganz, ganz nett, die Rennen sind jetzt nicht allzu besonders, also die Spielmode, die ich jetzt gespielt habe, die waren jetzt nicht besonders irgendwie in die Richtung, auch das, was ich gesehen habe, ist jetzt absolut nichts Besonderes, es gibt jetzt nichts, ja, nicht so richtig, das jetzt hervorsticht, sag ich mal, in die Richtung, generell, das Ganze ist ein MMO oder soll ein MMO sein, das heißt eigentlich immer Always-Online-Pflicht, das heißt, ihr müsst immer miteinander verbunden sein und das macht durchaus bei Spielen Sinn, die irgendwie, ja, bei einem Multiplayer-Shooter macht es Sinn, dass man ständig online sein muss, weil der macht auch keinen Sinn, im Singleplayer zu spielen, aber ein Rennspiel, das du durchaus im Singleplayer spielen kannst, macht es überhaupt keinen Sinn, weil ich sehe keinen Vorteil von diesem Online-Modus in dem Fall jetzt, weil, wenn man sagen würde, okay, du hast ständig, weiß ich nicht, hunderte Leute in deinem Lobby und du siehst hunderte Autos rumfahren und quasi, es gibt gar nicht so viel KI-Verkehr, sondern mehr Spielerverkehr und so Dinge, dann wird das ja irgendwie vielleicht noch einen Sinn ergeben oder dass du, keine Ahnung, ständig volle Rennlobbys hast, aber in dem Fall, ich habe jetzt echt etliche Videos gesehen, ich habe auch selbst etliche Rennen gefahren und kann sagen, du bist eigentlich ständig allein unterwegs, also du hast jedes Mal, egal, du kannst auch ein Rennen nicht im Singleplayer starten, die Option ist effektiv einfach nicht vorhanden, du musst immer einen Countdown abwarten, wenn das Ganze im Multiplayer ladet, wenn das Ganze versucht wird, ich sage mal, ja, ein Lobby zu finden, andere Spieler zu finden und wenn ich einen anderen Spieler hatte, war es wirklich viel, also der MMO-Aspekt, den sehe ich hier nicht. Es gibt jetzt, dass du diese Rennen instanzierst, in eine Instanz zusammenpackst wie irgendwelche anderen Quests oder so bei einem richtigen MMO-APG oder so, das gibt es hier einfach nicht. Du hast kaum andere Spieler, die KI ist auch eigentlich relativ schlecht, was ich so das Gefühl hatte, vielleicht wird es besser beim Endgame, aber was ich so gesehen habe, irgendwie war es schon ziemlich mies, muss ich sagen und es sind halt einfach so ein paar Dinge, die ich nicht ganz, Entscheidungen, die ich nicht nachvollziehen kann, sagen wir es mal so, warum man sich so entschieden hat oder so entschieden hat und dieser MMO-Aspekt, hey, ich weiß nicht, keine Ahnung, der macht für mich einfach keinen Sinn in diesem Game, dass du durchaus auch offline spielen könntest. Ich meine, vielleicht kommt irgendwann im Endgame noch ein Feature, dass der Verkaufsschlager oder das Verkaufsargument dafür ist, aber ich sehe es momentan nicht, dass es diese Online-Pflicht braucht bei diesem Game. Wie gesagt, du hast Login-Probleme ohne Ende gehabt am Anfang, also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber die paar Male, die ich gespielt habe, waren Login-Probleme echt ständig vorhanden. Du kommst, du startest das Spiel, willst quasi das Spiel starten, kommt ein Fehler, dann kommt wieder ein gleicher Fehler, noch ein Fehler, noch ein Fehler, du musst es 20 Mal probieren, bis du irgendwann in dem Game drin bist. Und das ist halt echt für ein Spiel, wo du eigentlich alleine spielen könntest, schon ein bisschen mies, muss ich sagen. Also das ist für mich etwas, dass das, ja, die Sinnhaftigkeit, der geht sich für mich nicht. Es gibt durchaus Spiele, ein Shooter zum Beispiel oder, lass mir auch noch den Microsoft Flight Simulator einreden, der die ganze Welt drin hat und die Daten dynamisch reinladet und streamt aus dem Internet. Auch das ist eine Logik, die ich mir vielleicht noch irgendwie erklären lasse, damit deine C-Platte nicht vollgemüllt wird, dein PC nicht vollgemüllt wird. Aber auch hier gibt es eine Möglichkeit, die Sachen offline runterzuladen, wenn ich es richtig im Kopf habe und bei einem Rennspiel, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Wenn die Leute Singleplayer spielen wollen, sollen sie doch Singleplayer spielen. Die Leute, die online spielen wollen, können ja online spielen und die Option hast du ja bei anderen großen Rennspielen auch, dass du eben Singleplayer spielen kannst. Ja, also von dem her, diesen Aspekt verstehe ich nicht ganz. Das Verkaufsargument oder der Punkt, was ich am Test Drive Unlimited eigentlich immer geil fand, ist die Outdoor Progression. Du wirst nicht übermüllt mit Fahrzeugen. Also ein großes Problem, das ich bei modernen Rennspielen oder vor allem bei Forza habe, ist, dass du eigentlich ständig mit Fahrzeugen überworfen wirst und du kriegst ständig neue Fahrzeuge. Und bei Horizon habe ich echt das Thema, da kommen ständig neue Fahrzeuge rein, aber ich komme gar nicht dazu, das vorige Fahrzeug groß zu fahren, weil ich gar nicht weiß, wo ich es genau spielen soll, weil irgendwie der Inhalt mir ein bisschen fehlt. Und gleichzeitig, weil es einfach so viel ist, ich habe bei Forza 800 Autos in meiner Garage stehen und weiß gar nicht, welche ich fahren soll, weil es so viele sind. Und Test Drive Unlimited war immer so dieses Erlebnis, du fährst zum Händler, kaufst ein Auto, da musst du etliche Rennen fahren, um genug Kohle zu haben, um das nächste Auto kaufen zu können. Und hier bei Solar Crown wirkt es, als wäre das sehr, sehr ähnlich auch so. Und das ist halt schon ein bisschen geil, du kannst in jeden Händler reingehen, du kannst die Autos testfahren, die drin sind, die haben alle riesengroße Schauräume, die eigentlich meiner Meinung nach unrealistisch sind, aber okay. Schauen cool aus, machen Spaß irgendwie auch rumzulaufen. Du siehst dort, eigentlich siehst du dort am meisten andere Spiele, sonst überall siehst du eh kaum andere Spiele, aber dort siehst du andere Spiele auch. Du kannst die Autos testfahren, du kannst die Autos konfigurieren, ähnlich wie bei einem echten Konfigurator von einem Fahrzeughersteller. Es gibt halt jetzt kaum Tuning-Optionen, also du hast ein paar Felgen, die du nachher draufpacken kannst, abgesehen davon, dass du die Autos immer mit Originalfelgen kaufen kannst, du kannst auswählen zwischen den Felgen, die es gibt, beim Original auch, den Farben und natürlich auch den Innenraumfarben und im Nachhinein kannst du noch das Auto lackieren, einen Livery-Editor gibt, wo es aber scheinbar keine Möglichkeit gibt, die Liverys irgendwie zu scheren, was ich sehr schade finde, weil das ist immer so ein Ding, als für mich als unkreativer Mensch, wäre das immer geil, wenn man die Sachen scheren kann, aber geht scheinbar nicht. Dann kommt noch dazu, dass, ja, du kannst das Auto noch von der Performance her tunen, was ganz okay ist, aber auch sehr rudimentär, einfach nur, du klickst durch ein Menü durch, wie es bei anderen Spielen ist, wie Need for Speed zum Beispiel, wobei Need for Speed hat zumindest noch eine Auswirkung auf den Sound und so Dinge, du kannst auch da Sachen tunen, aber es ist sehr rudimentär. Du hast keine Bodykits und nichts, also so Dinge, die man jetzt aus modernen Rennspielen sonst kennt, weil der Crew hat das optische Tuning, auch Need for Speed hat natürlich große optische Tuning, auch Forza hat großes optische Tuning mittlerweile, aber ja, das fehlt halt hier komplett. Ich meine, ist vielleicht auch geschuldet der Teamgröße, wahrscheinlich bei KT Racing, weil die sind eben nicht so riesig, dass das ein AAA-Titel wird, wie es die anderen sind. Jo, alles in allem muss ich sagen, ja, es ist so ein bisschen interessant, ich glaube, ich werde es mir anschauen, aber ich werde es wahrscheinlich nicht gleich kaufen, ich werde es mal abwarten. Performance ist auch, ich muss echt sagen, für das, dass ich einen relativ guten PC habe, lief das Ding echt nicht sehr gut, muss ich sagen. Also trotz DLSS und so Zeugs hatte ich gerade mal 60 FPS in vielen Fällen, was ein bisschen für das, wie das Spiel aussieht, jetzt nicht so beeindruckend ist, sage ich mal, die Performance, also auch da kann sich natürlich noch was ändern. Wir haben noch ein paar Momente bis zum Release. Wer weiß, wie alt dieser Bild ist, den sie da extra vorbereitet haben, es ist meistens ja auch so, dass es ein Demo-Bild dann schon eine ältere Version ist, weil es eben die stabilste Version ist, die man hat bis zum Zeitpunkt, sage ich mal, und dass man eben dann nochmal Verbesserungen vornimmt und Änderungen vornimmt. Und das passiert auch immer wieder, wer weiß, wie alt diese Version ist, weil, wie gesagt, ist ja auch noch nicht alles drin gewesen und ich weiß, in den Playtests war ja auch noch nicht alles drin und ich nehme mal an, dass das wahrscheinlich die Version von Playtest 3 sein wird, ein paar Abänderungen vielleicht noch, aber das war es auch schon. Von dem her, ja, also da kann sich noch einiges ändern. Ich hoffe, es ändert sich auch noch ein bisschen was. Gewisse Sachen sehe ich nicht, dass sich ändern. Ich habe jetzt nicht alles ausgetestet, weil ich mir das auch ein bisschen aufheben wollte. Mir kam es auch ein bisschen fast zu langweilig teilweise vor in der Demo, also da bin ich gespannt, wie sich das auch im Endgame dann ausbaut und so Dinge. Dieses ganze Solar Crown Ding und diese, du kannst da Fraktion beitreten, ja, fühle ich noch nicht hundertprozentig, bin ich ehrlich, aber weiß, wie das zum Release wird. Ich behalte es auf jeden Fall im Kopf, weil einfach mal ein anderes Rennspiel wieder neben Forza und Need for Speed an sich schadet nicht, aber ich komme eh meistens gar nicht dazu, die jetzigen zu spielen. Aber wie gesagt, allein dieses Argument mit, du hast eine langsame Progression, anbauen hat es ähnlich gemacht. Anbauen hat es ja auch so, dass du nicht ständig mit Autos überworfen wirst, sondern zugemüllt wirst, sondern du hast eine langsame Progression, aber auch nicht zu langsam natürlich. Da ist immer so der Mittelweg finden, das Schwierige. Du hast einfach ein paar Rennen, die du fahren musst, du hast gewisse Stunden, die du investieren musst, bis du das nächste Auto kaufen kannst, bis du zur nächsten Klasse kommst, bis du Sachen freischaltest und so. Das finde ich an sich schon eine gute Sache, weil zu viel auf einmal einfach nicht gut ist, in meinen Augen und deswegen, ja, fand ich das ganz okay soweit und das hat sich auch in Solar Crown ganz gut angefühlt, mit auch diesem Erlebnis, sag ich mal, das Auto zu kaufen. Das ist eben das, was immer Test, Drive und Limit für mich die früheren beiden Teile so ausgemacht hat und das auch einfach geil war, weil moderne Spiele, die ich wie gesagt einfach überschütten mit Autos und das irgendwie wenig Sinn macht. Ja, gut, so viel dazu. Ja, ansonsten, X-Defined wäre noch ein Thema, das ich jetzt mitgebracht habe, habe ich schon vor ein paar Wochen mitnehmen wollen. Ich weiß, ich bin jetzt sehr spät dran mit dem Thema, aber für alle, die es nicht mitbekommen haben, es gab ja, es wurde ja endlich, sag ich mal, der kostenlose Call of Duty Killer unter Anführungszeichen, wie er genannt wurde von vielen Leuten, also X-Defined von Ubisoft veröffentlicht und es dürfte ziemlich gut eingeschlagen sein. Ich habe da einen Artikel gefunden bei Insider Gaming, also Tom Henderson, der gemeint hat, in ungefähr der ersten Woche waren schon acht Millionen Spiele in dem Game drin, was echt nicht wenig ist, muss man sagen und das durchaus für den Erfolg spricht. Natürlich gibt es jetzt nichts Offizielles, was Ubisoft sagt, zumindest hätte ich nichts gefunden dazu, was da tatsächlich die Spielerzahlen sind, aber an sich ist das schon durchaus beeindruckend, wenn das so ist. Kann man auch durchaus sagen, dass es eine Art Erfolg ist für Ubisoft. Auf der anderen Seite, ja, es ist aber auch kein schlechtes Spiel, also ich habe es jetzt etliche Stunden schon gespielt, was, ich schaue mal kurz rein, 16 Stunden habe ich aktuell schon in dem Game, also schon unter Anführungszeichen, aber ja, 16 Stunden sind es und ich muss sagen, er macht schon richtig Bock, also es ist jetzt, es hat was von diesen, sorry, von diesen früheren Call of Duty, also Call of Duty 4, sowas in die Richtung, also Modern Warfare das Erste, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, so in die Richtung, es fühlt sich schon ähnlich an, klar, es ist ein bisschen von der Optik her ein bisschen comichaftiger, sage ich mal vielleicht, es sind natürlich die ganzen, diese Special Items, die ihr mithabt, pro Charakter von den Ubisoft-Fraktionen, also da sind eben drin die Leute aus Watch Dogs, aus Ghost Recon, aus Division und Far Cry und so natürlich, also von dem her, da sind natürlich Ubisoft-Fraktionen drin, die Maps sind auch angelehnt an die Ubisoft-Spieler, die sind ganz nett, ein bisschen mehr hätte ich mir teilweise gewünscht, auch Spielmodi-Technisch sind jetzt relativ, ja, also es sind die Standardsachen eigentlich drin, die man so einen Shooter kennt, aber es fehlt halt so Dinge wie zum Beispiel ein Test, äh, ein Test-Chef Unlimited, alter Junge, ein Team-Deathmatch oder sowas, TDM zum Beispiel fehlt mir komplett in diesem Game, du hast halt sowas wie Eskortieren drin, wo du halt einfach, ja, ein Paket oder ein Objekt eskortieren musst, so einen Roboter, den du da eskortieren musst, dann gibt es Punkte, also Zonen einnehmen, wobei die auch immer wieder wechselt, was ja, ja, nicht ganz Stellung aus Call of Duty ist, es gibt, ähm, Kopfgeld-Kurifäer, glaube ich, heißt, das ist im Endeffekt Abschluss bestätigt mit einem kleinen Twist, dass der die meisten hat, äh, quasi ein bisschen schneller Movement hat und mehr Punkte fürs Team erzielt und so Dinger, jetzt nichts ultra, äh, Innovatives, sage ich mal, es ist meistens auch, es sind Spielmodi, die kennt man aus vielen anderen Shootern schon, es hat eben so eine kleine Hero-Shooter-Anleihe mit diesen, mit diesen Special, ja, Moves, die ihr habt, du Special Items, die ihr mit habt pro Charakter, die Teams, die sich ganz gut ergänzen, äh, der große springende Punkt halt, den X-Find mit sich gebracht hat, war natürlich das Thema, dass sie gesagt haben, wir haben jetzt kein Engagement-based Matchmaking oder Skill-based Matchmaking oder so Dinge, sondern das Ganze ist wirklich einfach auf Casual, du wirst zusammengeworfen mit den Leuten, die da sind oder mit Leuten, die den besten Ping haben und so Dinge, das ist schon an sich eine coole Sache, weil das ist ein Ding, das hat mich bei Call of Duty echt teilweise abgefuckt, dass du meistens mit Leuten zusammengeworfen wirst, die ähnliche Skill-Level haben, das hat natürlich den Vorteil, dass es sehr ausgeglichen oftmals ist, hat aber auch den Nachteil, dass du halt irgendwie kein Erfolgserlebnis hast in die Richtung oder du wirst halt mit Leuten zusammengeworfen, die einfach Skins haben, um, äh, quasi dich zum Skin-Kauf zu überreden, wie es ja mit diesem Engagement-based Matchmaking ist, auch wenn es das offiziell natürlich nicht gibt und offiziell wird das nicht, äh, macht das niemand und so, natürlich nicht, äh, aber wir wissen alle, es ist so, weil sie wollen dich natürlich dazu überreden, dass du irgendwelche Sachen kaufst, Skins kaufst und so Dinge, deswegen, ja, ist halt einfach so, vom Ding her, vom Waffengameplay fühlt sich gut, es fühlt sich sehr casual an, es ist alles sehr, sehr schnell auch, ähm, du musst wirklich, also, die Zeit zwischen Toten mit der Respawn ist relativ schnell erledigt, du stirbst halt relativ viel auch, klar, es ist jetzt kein Hardcore oder so, wie es bei Call of Duty ist, sondern, also, wie es der Hardcore von Call of Duty ist, das gibt's hier alles nicht, das ist alles eher, ja, sehr casual, die Leute haben durchaus gut Leben, äh, manchmal ist man sich nicht ganz sicher, warum er so schnell gestorben ist, manchmal, äh, ist man sich nicht sicher, warum er den Gegner jetzt nicht umgebracht hat, obwohl er zwei Headshots verteilt hat und so Dinge, es sind halt diese Standardsachen, man ärgert sich auch oftmals, ähm, ja, das gehört auch dazu, wenn man Shooter spielt, glaube ich, irgendwo in die Richtung, also, es ist halt sehr, ja, es ist halt sehr oldschool Call of Duty-mäßig, kann man sagen, mit einem kleinen Twist, dass es eben Ubisoft-Sachen sind, ich glaube, dass es gutes Potenzial noch hat, es ist natürlich auch ein Battle Pass drin, du hast einen Ingame-Shop, wo du nochmal Sachen dazu kaufen kannst, äh, der Vorteil ist halt, es ist ein Free-to-Play-Shooter, das heißt, du zahlst für dieses Game nix, ich habe einen Battle Pass tatsächlich auch geholt, einfach, weil ich mir dachte, komm, äh, macht Spaß das Game, warum nicht ein bisschen was investieren, Ubisoft soll da gern weitermachen, weil ich kann da schon durchaus sehen und ich meine, Ubisoft ist durchaus einer der, der, der Publisher, der sehr stark in den Service-Games festhält, wenn ich mir so die Games anschaue, von dem her, ich sehe da Potenzial, dass man hier nochmal Sachen reinkauft und so ein, so ein Shooter, der über die Jahre immer größer wird, immer mehr Inhalte bekommt, immer mehr Maps, immer mehr Waffen bekommt, das sehe ich schon, also das ist das, was mich bei Call of Duty so nervt, dass sie sich, dass sie eigentlich ständig neue Spiele bringen jedes Jahr mit immer wieder neuen Maps, anstatt dass sie einfach einen großen Multiplayer-Shooter machen mit 40 Maps drin und ganz viele Waffen, das, ja, weiß ich nicht ganz, warum es das nicht gibt, aber sei mal dahingestellt. Es spielt sich auf jeden Fall, wie gesagt, sehr casual-mäßig, die Waffen haben wenig Rückstoß im Großen und Ganzen, das Movement ist durchaus schnell und so Dinge, klar, du hast halt dieses typische Leute rumhoppen, überall, überall herumsliden und so, das ist hier auch drin, aber das ist halt einfach, was zu einem modernen Shooter irgendwie scheinbar dazugehört. Ansonsten, es fühlt sich schon gut an, klar, du hast halt, wie gesagt, deine Runden, wo du einfach mal nur auf die Fresse kriegst, dann gibt es wieder die Runden, wo du eigentlich ganz gut bist, dann kommt wieder die Runde, wo du auf die Fresse kriegst, das ist halt so diese Standard-Shooter-Dings, würde ich behaupten. Von dem her, ja, also, ich finde es ganz cool, muss ich sagen, vor allem dadurch, dass es Free-to-Play ist, kann man da definitiv meiner Meinung nach reinschauen und macht da nichts falsch damit, man muss kein Geld ausgeben, das ist eben das Schöne daran, es wird natürlich dann auch noch weiter supported, Season 1 ist ja angekündigt worden auf der Ubisoft Forward, wo auch neue Maps reinkommen, es wird wahrscheinlich auch hier eine neue Fraktion, ich glaube, das Rainbow Six ist es, die reinkommt und ich denke mal, dass da noch die nächsten Monate, Jahre immer mehr dazukommen, neue Maps reinkommen, auch neue Spielmodus kommt, der Catch the Flag zum Beispiel. Ich erwarte auch, dass nochmal irgendwann ein Team-Death-Match reinkommt oder so Dinge oder, was weiß ich, Spielmodus, die man halt sonst wo kennt, ich meine, es wird jetzt nichts Innovatives geben, das ist klar, es ist aber auch ein Shooter, ein Multiplayer-Shooter, wie wir ihn schon 40 Mal gefüllt hatten irgendwo, aber der halt nochmal, ja, aktuell ist, der supported wird, der Inhalte bekommt und so weiter. Also ich sehe da schon, dass ich mich da noch etliche Stunden spielen sehe in dem Game, es macht auf jeden Fall Spaß, also wenn ihr Bock habt, schaut gerne mal rein. Ich denke, es wird auch nochmal ein bisschen Performance, also Balance-Anpassungen geben und so Dinge, weil unterm Strich, es fehlt natürlich noch ein bisschen was, es ist noch nicht hundertprozentig fair immer alles, habe ich das Gefühl, aber ansonsten, es fühlt sich schon ganz gut an, ich glaube, ein paar Waffen sind vielleicht noch overpowered, ein paar Skills von gewissen Charakteren oder so, aber ja, ansonsten ist es ganz okay. Okay, die Menüs sind ein bisschen fummelig am Anfang, muss ich ehrlich sagen, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden, warum, ja, gewisse Sachen so ein bisschen umständlich sind. Du hast nicht immer erkannt, man kennt auch nicht wirklich, warum man gewisse Charaktere jetzt noch nicht freigeschalten hat, wie man sie freischaltet. Du musst auch die Waffen, die du freischalten kannst, das siehst du nicht irgendwie bei der Waffenauswahl, sondern da musst du explizit nochmal ins Profil gehen, in die Herausforderungen, dort dir das anschauen. Also das sind so ein paar Kleinigkeiten, die man auf jeden Fall noch verbessern kann. Ich denke aber auch, dass da noch ein bisschen was kommen wird, also es würde mich sehr wundern, wenn sie jetzt da, ja, da nicht darauf aufbauen. Also ich glaube durchaus, dass dieses Spiel eine gute Zukunft hat und dass das geil werden könnte, auch noch die nächsten Monate und Jahre. Gut, soviel dazu zu diesen zwei Games, ich würde sagen, damit lassen wir es gut sein. Letzte Folge war ja eh wieder länger, jetzt habe ich auch viel geredet, deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den beiden Games haltet, ob ihr jetzt Solar Crown zum Beispiel getestet habt oder nicht, was da eure Meinung ist, ob ihr X-Defined eben auch spielt zum Beispiel, was ihr davon haltet. Würde mich sehr interessieren, auf jeden Fall könnt ihr auf Spotify oder vor allem auf YouTube, habt ihr die Möglichkeit, da einen Kommentar dazulassen unter der Folge, da soll es eigentlich immer genug Möglichkeit geben, euch auszudoben. Würde mich auf jeden Fall interessieren und dann sehen wir uns oder hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao!